Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ach ein Knall. Und zwar heute wieder zu einem neuen Kilo. Ja, heute haben wir hier nicht zu Hause. Ach doch, ja, ich bin ein Kilo. Ja, ich bin mal wieder auf Kilo. Also mit meinen Eltern. Ja. Das heißt, ich bin ein Kilo. Ich habe das immer geschrieben. Ich bin ein Kilo. Ich bin ein Kilo. Und ich bin ein Kilo. Meine Damen und Herren. und da werde ich das essen so geil leute so geil ist das essen so geht euch auch mal ein bisschen und nachher sehen wir uns dann eh wieder, denn ich werde heute lernen müssen, denn ich kann das heute noch in der Frühaufgabe. Das ist heute. Das macht genau so von diesem guten Morgen nach Weihnacht. Ja, egal. Also auf jeden Fall, ähm, bis morgen wird Wintermutter und eigentlich ist vielleicht gar nicht morgen, was es passt bei mir. Also, macht gut, Cheerio, schaut mit aus.